Gemeinsam mit der Firma Hüdrich & Rochholz haben wir ein Transferprojekt durchgeführt, IPAC Assist, in dem wir das Ziel hatten, unser PAST-System zur Verpackungsvisualisierung und unser Verpackungsoptimierungssystem-Puzzle zusammen in einem Arbeitsplatz zu vereinen. Gemeinsam mit Hüdrich & Rochholz haben wir dann diesen Arbeitsplatz hier gestaltet und ergonomisch aufgebaut, sodass der Mitarbeiter intuitiv und ergonomisch unterstützt wird bei seinem Verpackungsvorgang. Puzzle hat aus einer gegebenen, anhand vergebenden Ermittlungen von Auftragszeiten und einer gegebenen Menge von Kartonnage den für unseren Auftrag gut passenden Karton ermittelt und erlaubt uns hier zum Beispiel eine visuelle Anzeige. Wenn wir dann das Ergebnis haben, was unseren Anforderungen genügt, können wir das Ergebnis an den intelligenten Verpackungsarbeitsplatz übertragen. Dann scannen wir diese Kartonnage an und bekommen dann auf den beiden Achsen interaktiv die Länge und Breite angezeigt, immer ausgehend von der Anschlagskante. Dann können wir entweder über die Oberfläche oder per Fußtaster diesen Vorgang bestätigen. Daraufhin zeigt er uns nun den nächsten Artikel, den wir anscannen. Er zeigt uns über die beiden Leisten, nämlich immer in gelb die längere Seite, in blau die kürzere, wo wir das platzieren sollen. Dann bestätigen wir wieder per Fußtaster. Und wenn wir fertig sind mit unserem Vorgang, zeigt uns der Verpackungsassistent auch, dass wir den Bestellvorgang abschließen sollen, indem wir den Karton zusammenpacken, etikettieren und zum Versand weitergeben können. Auf Wiedersehen.